Bei den offiziellen Olympischen Spielen war Karate bisher noch nie dabei und wird es auch erst 2020 in Tokio sein. Dafür ist es bei der Partnerstadt Olympiade ein fester Bestandteil, natürlich auch wieder in Böblingen. Aus Bergama brachten die Karate-Kader SVB, derzeit drittgrößter baden-württembergischer Verein in dieser Kampfsportart, einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause. Auch dieses Mal wollen sie Edelmetall um den Hals gehängt bekommen. Deshalb arbeiten die Böblinger mit dem Trainerteam Martin Geltner, Susanne Häbe und Thomas Kühn schon seit Monaten gezielt auf dieses sportliche Großereignis hin. Die Karate-Wettkämpfe finden nur am 26. Juli in der Turnhalle Dietzenhalde bei der Erich Kästner Grundschule von 9.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Unterschieden wird auch hier zwischen Kumite und Katar. Ersteres ist der freie Kampf zweier Gegner, letzteres ein in der Technikfolge fest vorgegebenes Duell gegen einen imaginären Kontrahenten. Wir freuen uns auf die Partnerstadt Olympiade, weil wir viele Jugendlichen aus allen Städten von Europa kennenlernen. Wir freuen uns auf die Partnerstadt Olympiade, weil wir es mit der internationalen Konkurrenz messen können. Also wir machen jetzt Karate schon sehr lange, es macht uns einfach unendlich viel Spaß und wir haben auch schon viele Erfolge gefeiert.